Was prägt eine Wirtschaftsordnung und was ist überhaupt eine Wirtschaftsordnung? Für viele scheint die Debatte um die Wirtschaftsordnung eine Sache der Vergangenheit, eine gestrige Angelegenheit. Hier beispielsweise zur Bebilderung ein Wahlplakat von 1948, als es in Deutschland tatsächlich um die Systemfrage ging. Geht man Richtung demokratischer Sozialismus oder geht man Richtung Marktwirtschaft? Die Zentralverwaltungswirtschaften in realen Systemen sind weitgehend von der Bildfläche verschwunden und doch lohnt sich die Beschäftigung mit Wirtschaftsordnungsfragen. Erstens, weil die Wirtschaftsordnung natürlich immer wieder zur Debatte steht, weil wir natürlich auch in der bestehenden Wirtschaftsordnung nicht mit allem glücklich sind, nicht alle Leute zufrieden sind. Also der Kampf um die globale Wirtschaftsordnung hat begonnen oder ist der Kapitalismus am Ende, wurde insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzkrise in den letzten Jahren häufiger gefragt. Die Zustimmungswerte für die bestehende Wirtschaftsordnung schwanken, sind je nach Zustand der Wirtschaft unterschiedlich ausgeprägt. Und zum zweiten müssen wir uns mit Wirtschaftsordnungsfragen befassen, damit wir immer wieder neu darüber nachdenken können, wie wir unsere Wirtschaftsordnung verfassen wollen und welche Möglichkeiten, welche Stellparameter es überhaupt gibt. Nun also, was ist eine Wirtschaftsordnung? Die Wirtschaftsordnung sind grundsätzlich die Leitplanken des Wirtschaftsgeschehens. Die Wirtschaftsordnung lenkt die Wirtschaftssubjekte in einer bestimmten Richtung, sie gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen agiert werden kann. Also sie beeinflusst die Möglichkeiten dessen, was die einzelnen Wirtschaftsakteure tun können. Die Wirtschaftsordnung kann verstanden werden als die Gesamtheit aller Regeln, Normen und gesetzlichen Institutionen, die das wirtschaftliche Geschehen in einer Gesellschaft bestimmen. Die Wirtschaftsordnung schafft also mit diesen Regeln und Institutionen die Anreize für die einzelnen Wirtschaftsakteure. Sie definiert damit eine Erwartungshaltung oder sie ermöglicht damit eine Erwartungshaltung. Die Wirtschaftssubjekte können Überlegungen anstellen, wie sich andere Wirtschaftssubjekte wohl verhalten werden, aufgrund des Bekanntseins der Wirtschaftsordnung, aufgrund des Bekanntseins der Restriktionen, denen auch die anderen gegenüberstehen. Und die Wirtschaftsordnung gibt natürlich auch den Aufgabenbereich für die Akteure der Wirtschaftspolitik vor. Das heißt, aus der Definition der Wirtschaftsordnung kann man Rückschlüsse darauf ziehen, was Aufgabe der Wirtschaftspolitiker sein kann und sein sollte. Es gibt unglaublich viele Wirtschaftsordnungsformen, aber es gibt zwei Idealformen, die Zentralverwaltungswirtschaft und die Marktwirtschaft und es gibt einzelne, sehr wesentliche, die Wirtschaftsordnung prägende Kriterien. Nur mit diesen wollen wir uns hier befassen, mit diesen vier prägenden Kriterien. Erstens, mit der Frage nach dem, wer hat das Eigentum an Produktionsmitteln? Zweitens, wie funktionieren die Allokationsmechanismen? Wer trifft die Entscheidungen? Wie wird die Allokation geregelt? Drittens, wie funktioniert die Preisbildung in einer Wirtschaft? Und schließlich viertens, was sind die Ziele der Betriebe? Wie kann eine betriebliche Erfolgsmessung vorgenommen werden? Kommen wir erstens zur Eigentumsverfassung. Wer ist Eigentümer der Produktionsmittel? Da haben wir den Dualismus zwischen Privateigentum an Produktionsmitteln und Kollektiveigentum an Produktionsmitteln. Üblicherweise haben wir in der Marktwirtschaft Privateigentum an Produktionsmitteln, nicht nur an den Konsumgütern, an persönlichen Gütern etc. pp, sondern eben auch an Produktionsgütern, also an Sachkapital, an Boden, an Maschinen etc. pp. In Zentralverwaltungswirtschaften sozialistischer Prägung haben wir ein Kollektiveigentum an den Produktionsmitteln und dieses Kollektiveigentum meint nicht, es gehört allen und jeder darf selbst entscheiden, wie er es nutzen möchte im Sinne der der alten Almendegüter, sondern Kollektiveigentum meint normalerweise, es gibt eine staatliche Einheit, die darüber befindet, was mit den Produktionsmitteln passiert. Zweitens, Allokation. Wie wird das Allokationsproblem gelöst? Wie wird die Frage gelöst, in welche Verwendung die knappen Ressourcen fließen? Hier haben wir den Dualismus normalerweise zwischen der dezentralen Entscheidung über die Allokation, der dezentralen Lenkung durch freie Tauschprozesse an Märkten. Das korrespondiert mit den Privateigentümern. Wenn wir Privateigentümer haben, dann werden die freiwillig entscheiden, was mit ihrem Eigentum passiert. Und in einer Marktwirtschaft passiert das dezentral durch die Koordination von Angebot und Nachfrage, üblicherweise Knappheiten gelenkt etc. pp. Aber es kommt darauf an, es passiert dezentral über die Koordination an Märkten. Und die Alternative wäre, es erfolgt nach einem zentralen Plan. Üblicherweise beschäftigt der Staat Experten, um diese Planungen vorzunehmen, nach denen die Allokation erfolgen soll. Und diese Experten setzen sich zusammen in Gremien, üblicherweise höchst komplexe und komplizierte Entscheidungsprozedere und machen dann einen Plan für die Wirtschaft. Und dieser Plan bestimmt, wohin die Knappenressourcen gelenkt werden, in welche Verwendung, wer wie viel von den Knappenressourcen bekommt. Das heißt, wir haben eine zentrale Allokationsentscheidung. Drittens, wie funktioniert die Preisbildung? In der Marktwirtschaft funktioniert die Preisbildung wiederum dezentral über die Koordination von Angebot und Nachfrage an Märkten. Das heißt, der Preis ergibt sich in einem Verhandlungsprozess. Niemand weiß vorher, wie der Preis für die einzelnen Güter oder Dienstleistungen endet, wo er ins Gleichgewicht findet. Die Preise verändern sich permanent, wenn Angebot und Nachfrage sich ändern, reagieren, selbst auf Gerüchte oder auf unbestätigte Informationen etc. pp. Demgegenüber hätten wir in der Zentralverwaltungswirtschaft üblicherweise eine zentrale Vorgabe der Pläne. In der DDR, hier bebildert mit dem Einzelhandelsverkaufspreis IVP. In der DDR gab es das Amt für Preise. Dieses Amt für Preise war eine nicht kleine Behörde und dort saßen hunderte von Mitarbeitern, die haben sich ausgedacht, wie der richtige Preis für ein Produkt lautet und dieser Preis wurde dann verordnet und von diesem verordneten Preis durfte im Handel auch nicht abgewichen werden. Und schließlich, wie erfolgt die betriebliche Zielsetzung, wie erfolgt die betriebliche Erfolgsmessung, auf welcher Basis treffen die Unternehmen Entscheidungen und was gilt dann als Erfolg? Hier haben wir auf der marktwirtschaftlichen Seite bebildet, durch ein Bild der Frankfurter Börse, die Gewinnmaximierung. Die Gewinnmaximierung kann kurzfristig, mittelfristig, langfristig erfolgen, aber letztlich kommt es für das erfolgreiche Führen eines Betriebs eines Unternehmens in der Marktwirtschaft auf die Gewinnerwartungen an. Und die Gewinnerwartungen bilden sich dann letztlich auch beispielsweise in den Kursen, in den Aktienkursen des Unternehmens ab. Im Wert des Unternehmens kann die Gewinnerwartung für die Zukunft abgelesen werden. In der Zentralverwaltungswirtschaft gibt es keine Gewinne. Gewinne haben keine Funktion, haben keine Lenkungsfunktion und werden natürlich auch mit Skepsis betrachtet. Das heißt, in der Zentralverwaltungswirtschaft gilt die Planerfüllung als Erfolgsparameter. Auch hier wieder bebildet mit einem Beispiel aus der DDR von 1972. 1972 wird der Plan gemacht, die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft solle bis 1975 steigen, sodass Nahrungsmittel für 32 Personen durch einen Beschäftigten hergestellt werden können. 1972 ist die Ist-Zahl angeblich bei 27 Personen werden von einem in der Landwirtschaft ernährt. Es gibt also eine Planvorgabe, in der DDR waren das 5-Jahres-Pläne und der Erfolg des Betriebes würde daran gemessen, wie gut dieser Plan erfüllt wird oder sogar übererfüllt wird. Fassen wir das nochmal zusammen. In den zwei idealtypischen Wirtschaftsordnungen, Marktwirtschaft auf der linken Seite, Zentralverwaltungswirtschaft auf der rechten Seite, kann man anhand der vier Parameter schon einiges feststellen. Die Marktwirtschaft ist geprägt durch Privateigentum an Produktionsmitteln. Die Allokation erfolgt dezentral über Marktmechanismen, die Preisbildung erfolgt dezentral über relative Knappheiten, koordiniert zwischen Angebot und Nachfrage am Markt. Die betriebliche Erfolgsmessung ist grundsätzlich durch Gewinnmaximierung geprägt. Die Zentralverwaltungswirtschaft auf der anderen Seite wäre geprägt durch Kollektiveigentum an Produktionsmitteln, eine zentrale Planung der Allokation und eine entsprechende zentrale Planung der Preise und deren Verordnung für die gesamte Wirtschaft und das Erreichen von Ziel- oder Planvorgaben wäre das Erfolgskriterium. Tatsächlich gibt es natürlich alle möglichen Mischformen sowohl in den Wirtschaftsordnungen als auch bezüglich der einzelnen Parameter. Man kann zum Beispiel staatlichen Einfluss auf Preise nehmen, Preise grundsätzlich frei aushandeln lassen, aber besteuern oder subventionieren. Man kann Preise festschreiben für bestimmte Dinge, Bücher, verschreibungspflichtige Arzneimittel und anderes und doch sich grundsätzlich in einer Marktwirtschaft befinden. Das heißt, die einzelnen Parameter können Mischformen annehmen und die Wirtschaftsordnungen gibt es in dieser reinen Kultur üblicherweise auch nicht. Tschüss!